Jetzt kommt noch ein Wasserlevel. Irgendwie passt der blau oder am besten dazu? Wir werden dunkelblau. Die kann man aufmessen. Die kann man aufmessen. Die kann man aufmessen. Zum Glück. Das blubbert hier. Das sieht nicht mehr so aus. Es gibt genug Eier. Aber die kannst du ja nicht verschießen oder besser heben. Irgendwie. Das sieht nicht mehr so aus. Oh, die schien wir mal zusammen. Das war Honigmelon. Was sag ich denn nicht mehr? Ui, das ging auch fixieren. Oh, das ist doch ganz nützlich gewesen. Ich kann nicht mehr verstehen. Warten. Aber irgendwie sind die die Quallen zum Glück nicht. Der ist auch so unsympathisch. Ui, wie ein Apfel. Jetzt kann ich durchschwimmen. Ich bin nicht gerade sympathisch. Die Jungs. Die Jungs. Aber irgendwie föhnen die die Äle. Die geben zwar irgendwie keine Erzen. Aber nein. Die Jungs. Die Jungs. Die Jungs. Gehen wir da auch mal rein, gucken wir uns mal an, was da ist. Ach, das ist das mit diesen Shy Guys. Ja, nee, nicht Shy Guys, diese Fische. Nur, neug. Rei, drei, 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 zwei, drei, 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 eins, muss die Menschen sein. Ja, wir sehen uns den Mr. H редzten mat. Wow! 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 Oh, die muss ich eben noch cool. Oh, die muss ich eben noch cool. Wasp ich noch? Beide ich, warte. Wieg Warte, warte. Wenn du auch noch, will es ihr? Nein, nein, nein! Nein, nein! Wieg da vorne? Wieg da vorne? Wieg da vorne? Wieg da vorne? Wieg da vorne vorne, wieg du, wieg da vorne? Wieg da vorne? Das ist ein Blubblad. Ui, er kriegt ein Herz für Kuh. Dann nehmen wir das mal wieder raus. So, ich brauche noch 3 Früchte. Das ist unglaublich. Ui, die sind dann bald. Juhu, nur noch eine. Juhu, ich habe es geschafft. Das gibt es ja nicht. Ja, viele Melonen dieses Mal. Ich hole die Melonen wieder. Normale Melonen. Juhu, Yoshi. So, mal gucken, wie viele haben. Ui, der war wirklich gut. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020